Chantal Pelletier, schießen Sie auf den Weinhändler. Die Sellerie-Remoulade war widerlich und meine Frau wirklich eine zu schlechte Köchin. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich habe geschossen. Sie fiel auf der Stelle um, ohne zu schreien. Ihre Augen haben sich nur ein wenig geweitet nach der Art, was ist denn mit dir los? Sie war meine Scherze gewohnt, ich war stets zu scherzen aufgelegt. Aber sie hat ziemlich schnell begriffen, dass dies kein Scherz war und ihr Kopf ist zur Seite gekippt. Dieses Mal ist ihr nichts mehr eingefallen, aus und vorbei. Ich habe einen Schluck Rotwein des Hauses getrunken, ein 95er, einen meiner besten Jahrgänge. Er war sehr lebendig mit einem Anklang von Brioche in der Nase. Ich war zufrieden. Natürlich lag meine Frau in der Küche ein wenig im Weg, aber sie rührte sich nicht und sie hatte nicht lange rumgemuckst. Ein Glück. Ich habe es gern, wenn die Dinge glatt laufen. Es war 8 Uhr abends, Ende November. Es war schon lange dunkel. Ich habe die Sellerie-Remoulade in den Mülleimer geworfen. Meine Frau hat es nie verstanden, eine annehmbare Mayonnaise zu machen. Ich hätte schon viel früher reagieren sollen. Aber wir sind da alle gleich. Wir lassen die Dinge schleifen. Bei meiner Frau hatte ich aus Faulheit, aus Schwäche gezögert. Ich habe mich arrangiert, weil ich gelernt hatte zu kompensieren. Ich ging oft ins Restaurant und manchmal, ja manchmal habe ich mich sogar selber an den Herd gestellt. Das ist doch der Gipfel. Ich habe mir ein Kier eingeschenkt mit echter Creme de Cassie, die ich jedes Jahr extra von einem Hersteller in Dijon kaufe. Das ist sozusagen die echte, kein Sirup. Ein Kilo Früchte, ein Liter 80%iger Alkohol, ein Kilo Zucker zum Einlegen, ein Liter Wasser zum Aufkochen. Knapp zwei Minuten, aber man merkt das Wasser nicht. Dieses besonders gewagte Elixier, nicht so süß wie das Grundrezept, konnte nicht eine Sekunde mit Konfitüre verwechselt werden. Nein, eine Diva, vom Alkohol in ein großes Symphonieorchester getragen. Der Bursche, der das machte, war ein Künstler, nicht wie meine Frau. Ich habe also ein paar Tropfen von diesem Nektar auf den Boden eines Glases geschenkt, sie mit einem Weißwein aus unserer Gegend verdünnt, schön trocken, schön kühl und diesen friedlichen Moment genossen. Ich hatte so wenige davon. Es war schön warm, dabei musste es draußen verdammt kalt sein. Ich habe mir einmal mehr dazu gratuliert, nicht bei der Heizung geknausert zu haben. Ich mochte meinen Komfort, man lebt schließlich nur einmal. Das ist das, was meine Frau hätte denken können, die im Übrigen nie viel gedacht hat, wenn sie nicht steif auf dem Boden gelegen hätte. Denn damals war ich so blöd, ich habe geglaubt, die Toten denken nicht. Sie behielt ihre Gedanken jedenfalls für sich. Den Kopf zwischen dem Mülleimer und der Spüle, nicht gerade sexy, was die Kleidung betraf, ein weiter schwarzer Rock und ein alter grauer Pulli. Sie hatte es nie verstanden, sich zu kleiden. Während ich meinen Weißwein mit Cassie trank, empfand ich keinerlei Reue. Es gab Grenzen bei dem, was sein Mann ertragen konnte. Eine Frau, die weder attraktiv noch eine gute Köchin ist, ist ermüdend. Ich war geduldig genug gewesen. Wenn man 20 Jahre zusammenlebt, sollte eine Ehefrau den Geschmack ihres Mannes kennen und ihm immerhin eine gewisse Aufmerksamkeit entgegenbringen. Sie wusste genau, dass ich bei der Sellerie-Remoulade keinen Spaß verstand, die zugegeben nicht ganz einfach hinzubekommen ist. Aber man ist ja lernfähig. Davon war ich damals jedenfalls überzeugt. Heute im Nachhinein bin ich da längst nicht mehr so sicher. Das Kochen ist eine Begabung. Entweder man hat sie und wenn man daran arbeitet, erreicht man etwas oder man hat sie nicht. Naja, dann vergiss es. Apropos attraktiv. Meine Frau war anmutig gefallen. Das war sonst gar nicht ihre Art. Sie lag da Länge nach ausgestreckt flach auf dem Rücken, ein Lächeln auf den Lippen. Die Augen ruhten auf dem Ofen, in dem doch eigentlich gar nichts brutzelte. Sie blutete auch nicht übermäßig, hatte nur einen roten Fleck auf der linken Brust. Einen hübschen Farbtupfer, der ihrer schwarzen und grauen Kleidung, die diese Abwechslung dringend brauchen konnte, ein wenig Fröhlichkeit verlieh. Wie dem auch sei, es zeugte von einem Mangel an Geschmack, wenn man Trauerkleidung wählt, wo doch keineswegs vorauszusehen war, dass man in den nächsten Stunden sterben wird. Bevor ich wegging, habe ich nachgesehen, ob Vivian ihrerseits auch wirklich gegangen war. Denn sie war die Sorte Frau, bei der man gar nicht misstrauisch genug sein konnte. Man wähnte sie tot und traf sie mitten in der Nacht beim Zähneputzen wieder. Sie war zu allem fähig, außer dazu, eine anständige Mahlzeit zuzubereiten oder jedenfalls viel zu selten. Sie war von Anfang an eine schlechte Wahl gewesen. Ich neigte beim Essen eindeutig ein wenig zur Kompromisslosigkeit, was mir ganz normal erschien. Nichts im Leben nimmt so viel Zeit in Anspruch, außer schlafen. Ich aß viermal am Tag und ich sah nicht ein, warum ich tausende von Malen im Jahr einen Albtraum durchleben sollte. Als ich jung war, habe ich nicht ausreichend nachgedacht, sonst hätte ich mir meine Heirat besser überlegt. Ich hätte meinen Vater das nicht auf seine Art arrangieren lassen. Ich habe teuer für meine Schwäche bezahlt. Ich habe mich in der Frau getäuscht. Das geschah mir recht. Man konnte sich nicht immer nur beklagen. Man musste auch seine Fehler eingestehen. Seitdem habe ich Zeit gehabt, meine Fehler zu ermessen. Und mit dieser Arbeit bin ich noch lange nicht fertig. Aber ich habe nichts anderes mehr zu tun. Also ermesse und ermesse ich. Vivian und ich hatten schon seit einer ganzen Weile in der Verlängerung gespielt, ohne die geringste Hoffnung, einen Elfmeter zu verwandeln. Sie hatte schon in den Jahren zuvor heimlich geplant, abzuhauen. Ich hatte ihre Pläne gerade noch rechtzeitig durchkreuzt. Ich war nicht die Sorte Mann, den man einfach so aus einer Laune heraus verlassen konnte. Im Nachhinein hätte sie sich vor Sehnsucht nach mir verzehrt. Ich hatte es vorgezogen, ihr diese Qual zu ersparen. Von nun an würde Vivian weder Sehnsucht noch Ärger haben. Das war schon besser so. Ich habe mich über sie gebeugt, um sie zu befühlen. Sie begann kalt zu werden und es schlug nirgends einen Puls, weder am Handgelenk noch am Hals. Dann habe ich ihr die Augen geschlossen. Sie hatte ja das Recht, in Frieden zu ruhen, wie man so sagt. Bei alledem bekam ich Hunger. Auf dem Herd köchelte auf kleiner Flamme etwas in einem Topf. Ich hob den Deckel hoch. Ein Bööf Bourguignon tänzelte in seinem schönen braunen Kleid. Das war sicher das Gericht, das wir hier am besten hinbekamen, jedenfalls am wenigsten verdarb. Ich drehte das Gas ab. Die letzte Bemühung meiner Gattin würde sich bestens als Essen für morgen eignen. Fleisch in Soße schmeckt aufgewärmt besser. Ich bin dann in die Kneipe gegenüber der Kirche gegangen, wo die Säufer aus der Gegend wie jeden Abend krügeweise Weißwein tranken und drei angetrunkene grölend Karten spielten.